Musik Egal ob Affenlaute, Pöbeleien vor dem Fußballstadion oder auf der Tribüne oder ausgrenzende Sprüche im Alltag. Jeder von uns hat sicherlich schon mal Diskriminierung wahrgenommen oder sogar selbst erfahren. Dieses Modul zeigt unterschiedliche Formen von Diskriminierung und bietet die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu thematisieren. Anhand des konkreten Beispiels Diskriminierung im Fußball hat dieses Modul zum Ziel, Jugendliche zu sensibilisieren und ihnen konkrete Handlungsoptionen für Diskriminierungserfahrungen an die Hand zu geben. Borussia verbindet gemeinsam gegen Diskriminierung.